Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich kann natürlich nicht aufwarten mit einem 40-jährigen Kleidungsstück. Ich habe nämlich mein Jackett im Zug liegen lassen und dann bin ich natürlich im Trachtenladen vorbeigegangen und habe mir extra ein Jackett gekauft dazu, damit sie wissen sozusagen, dass ich auch mit den Leuten hier verbunden bin und auch die heimische Wirtschaft stärken will natürlich dabei. Und ich konnte nicht nur im Hemd hier sein. Sie denken natürlich jetzt sozusagen, was Ihnen irgendein Piefke aus Lüneburg vielleicht erzählen will, aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich eigentlich Österreicher bin. Also die Gegend, aus der ich komme in Deutschland, Vorderösterreich, hat 500 Jahre zu Österreich gehört. Also darum kann ich Ihnen auch Klartext reden, ohne dass Sie mir dafür böse sein müssten. Und das fängt natürlich mit ganz einfachen Dingen an. Also zum Beispiel, Linz möchte 2040 klimaneutral sein. Ich meine, was für ein Blödsinn. Und alle plappern das nach, sagen, nein, schon 2035 oder sowas. Ich denke, gehen Sie doch nach Hause und sagen Ihren Kindern, dass Sie heute kinderneutral sind. Oder sagen Sie zu Ihrem Ehemann dazu, dass Sie heute ehemannneutral sind. Ich meine, was für ein Blödsinn. Ich meine, wollen wir nicht gut sein für das Klima? Wir schonen auch nicht das Klima, wenn wir etwas weniger zerstören. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger kaputt machen. Schütz die Umwelt, fahr mit dem Fahrrad. Schütz die Umwelt, mach weniger Müll. Aber das ist kein Schutz. Das ist nur weniger kaputt machen. Das so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur fünfmal anstatt zehnmal heute. Das ist nur weniger kaputt machen. Und ein Baum ist nicht klimaneutral, der ist gut fürs Klima. Und Sie sollten auch, wenn Sie über Klimaneutralität reden, sagen, nein, das stimmt nicht. Die Verwendung von Holz ist klimapositiv. Denn in der Zeit, wie es das Holz in Verwendung ist, ist es natürlich das Kohlendioxid aus der Atmosphäre raus. Dadurch trägt das dazu bei, den Gehalt an Kohlendioxid zu senken. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Ziel. Und das heißt ja, in Linz beginnt es sozusagen. Wie wäre es denn, wenn Sie sagen würden, in zehn Jahren würden wir nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen worden ist. Wir holen uns das zurück. Wir wollen im Jahr 2100 wieder die Gehalte an Treibhausgasen in der Atmosphäre haben, die es 1900 gegeben hat. Dann würden Sie vielleicht sagen, aber wir als kleines Österreich, wie soll man das irgendwie erreichen? Dann sage ich Ihnen, Österreich ist berühmt durch Inspiration. Ich war gerade in China gewesen und ich sage Ihnen, jedes Kind, wirklich jedes Kind und vor allem jedes kleine Mädchen kennt Sissi dort. Ja, es gibt dort eine Zeichentrickserie, es gibt einen Film, es gibt alles Mögliche. Und ich sage Ihnen, das ist ungeheuer interessant, weil die Gesellschaft dort setzt ja nur auf das Kollektiv. Sagt, ja, der Einzelne ist nicht wert. Gegebenenfalls wird er misshandelt, wenn er das gegen das Kollektiv irgendwie verstößt davon. Und letztlich gesehen ist da ja auch was dran an dem Kollektiv. Die Klimakatastrophe ist ein kollektives Problem, nicht die des Individuums. Das Artensterben ist ein Problem für das Kollektiv, nicht für das Individuum. Wenn wir weniger als tausend Tiger haben, werden wir die Tiger auf der Welt nicht mehr halten können. Egal, wie sehr wir uns um jeden einzelnen Tiger dann kümmern werden dabei. Das heißt, eigentlich ist es richtig, wenn eben das Kollektiv nicht benutzt werden würde, das Individuum zu foltern, dann würden wir viel mehr über die kollektiven Menschenrechte reden. Und das ist ja Kreislaufwirtschaft, dass wir die nächste und übernächste Generation denken und nicht nur an das Individuum. Und ich sage Ihnen, in der Situation kennt jedes Mädchen in China Sissi. Ist doch toll. Ich meine, in der Realität war diese Sissi ziemlich verzogen, sozusagen. Aber im Film sieht das anders aus. Das ist ein kleines Mädchen, was sagt, ey, ich bin wichtig, ich habe Gefühle, ich zähle. Und das macht vor allem in China jungen Frauen dann auch wirklich Mut, sich zu behaupten. Also damit hat Sissi die Welt inspiriert. Und das geht für viele Dinge. Ich meine, in China kennt jeder Mensch Mozart. Mozart hört sich einfach für chinesische Ohren besonders gut an. Und wenn sie sagen, ich komme da aus der Gegend davon, dann haben sie sofort eine gemeinsame Basis. Die Leute kennen das. Das heißt, Österreich hat schon immer die Welt inspiriert. Ich meine, was ist denn anderes dazu als die Widersitzation? Eine Inspiration für die Welt. Und darum geht es. Mit dem, was wir machen, können wir die Welt inspirieren. Und das ist viel attraktiver, als als Langnase den Chinesen etwas vorzuschreiben. Dann machen sie genau deshalb schon das Gegenteil, weil sie sich von uns nichts vorschreiben lassen wollen. Also denken wir doch daran, die Welt zu inspirieren. Wie wäre es, wenn wir ab heute sagen, Linz wird nicht klimaneutral. Linz wird klimapositiv. Wir werden gut fürs Klima sein. So wie die Bäume auch. Wollen wir dümmer als Bäume sein? Aber dann reden die Leute immer von dieser Nachhaltigkeit. Und Entschuldigung, ich muss jetzt erst mal fragen, wer hat gerade eine Affäre von Ihnen? Können Sie vielleicht mal die Hand heben dazu? Also statistisch gesehen müssten jetzt etwa 80 Leute die Hand heben dabei. Ja, ich meine, in Österreich habe ich gehört, das ist besonders schlimm, so zu sagen. Aber also, bitte. Ich meine, wissen Sie, Sie können mit jedem Schurken Bestehendes optimieren. Sagen Sie bloß 10 Prozent leichter, 10 Prozent billiger davon. Aber für Neues brauchen Sie Vertrauen. Und wenn Sie mich so systematisch anlügen, wie soll ich da eine gute Rede halten dabei? Ja. Ja. Also, mir ist nicht da was Furchtbares passiert in Wien. Da war ein leibhaftiger Bundesminister dort und er wollte sich anhören, wie Österreich Cradle to Cradle umsetzen kann. Manchmal ist das vielleicht weniger Cradle to Cradle, so ein bisschen mehr Knödel to Knödel. Ist auch okay. Ja. Und dann saß er in der ersten Reihe dort, wo Frau Lang jetzt gerade sitzt, sozusagen. Und dann sagte ich, Herr Minister, es ist ja schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen denn so mit Ihrer Frau? Was würden Sie denn sagen? Ja. Und er ist aufgestanden, ist gegangen. Ja. Weil am Tag vorher in der Kronenzeitung stand, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Und ich wusste das nicht. Darum habe ich jetzt beschlossen, dass ich immer erst mal jetzt fragen, wer gerade eine Affäre hat, dass mir dieser Fehler nicht nochmal passiert. Also, das heißt, ich mache auch Fehler. Ich bin auch nicht dafür da, Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen. Ich bin nur da, Sie zu inspirieren. Ein bisschen anders zu denken. Wir schützen nicht, indem wir weniger zerstören. Dafür sind wir zu viele. Wir müssen lernen, für die anderen Lebewesen nützlich zu sein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Österreich ist das weltweit führende Land, was Bioanbau angeht. Und wenn Sie so Leute gucken, wie Sonnentore, sozusagen, das ist, da geht einem das Herz auf, wie Österreich die Welt dort inspiriert. Aber es ist doch beeindruckend, dass es kein Bio-Siegel gibt, was erlaubt, dass ich dazugehöre. Es ist nur Bio ohne uns. Also, ich muss jeden Tag zwei Gramm Phosphat aufnehmen, zwei Gramm Phosphat abgeben, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Aber es gibt kein Bio-Siegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder verwendet werden dürfen. Können Sie sich vorstellen? Wir denken, es ist eigentlich nur gut, wenn es uns nicht gibt. Darum wollen wir auch neutral sein. Die höchste Form, nicht gut zu sein, ist eben neutral zu sein. Ich will jetzt nicht die immerwährende Neutralität Österreichs in Zweifel ziehen, nicht, dass Sie denken davon. Aber ich will Ihnen sagen, für neutral sind wir zu viele. Und warum wollen wir dümmer sein als die anderen Lebewesen? Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Und wenn wir Abfall machen, sind wir zu viele. Denn dann wird die Erde eine Müllkippe. Nur ein bisschen später, vielleicht bei der Abfallvermeidung, denken wir immer noch an Abfall. Wir müssen in Nährstoffen denken. Alles, was verschleißt, Schulsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, muss so gemacht werden, dass es biologisch nützlich ist. Alles, was nur genutzt wird, eine Waschmaschine, ein Fernseher, muss so gemacht werden, dass es technisch nützlich ist. Es gibt also nur biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Und das Holz ist zunächst ein biologischer Nährstoff. Es kommt aus biologischen Materialien. Es ist übrigens nicht kompostierbar. Weil die Leute immer sagen, das muss alles kompostierbar sein. Holz ist biologisch abbaubar. Zum Glück ist es nicht kompostierbar. Kompostierbarkeit heißt ja Abbau zu Kohlendioxid und Wasser. Aber ich will den Kohlenstoff ja behalten. Ich will ihn nicht abbauen dazu. Ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China gearbeitet habe, zu verstehen, wie primitiv unser Biosiegel ist im Verhältnis zu dem, was es eigentlich sein müsste. Das Biosiegel hat nichts drin, nicht mal bei Demeter von Artenvielfalt. Es hat nichts drin von Boden. Auch Demeter Landbau verliert etwa zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, der Boden ist der Hauptspeicher für Kohlenstoff. Wenn wir nur 0,5 Promille an Kohlenstoff in den Boden zurückkriegen würden, können wir die gesamten Kohlendioxidmengen der Welt ausgleichen. Nur über den Boden. Aber das taucht gar nicht auf in unserer Diskussion dafür. Ich habe in China viele Jahre gearbeitet. Wenn man dort auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Gastgeber, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Verstehen Sie, darauf konnte China eine bruchlose Zivilisation als einzige Kultur weltweit aufbauen, weil sie den Bauern immer die Nährstoffe zurückgebracht haben. Sie haben immer etwas zurückgekriegt. Während die Stadt Linz hat immer nur von den Bauern genommen. Die Bauern verhungerten. Die Donau war unser Abwasserkanal hier gewesen dazu. Die Bauern mussten auswandern. Oder sie gingen in die Stadt und die Stadt musste weiter weg, um die Nährstoffe zu holen. Wir haben nie in Kreisläufen gedacht. Als wenn das für sie Inspiration wäre, zu sagen, in Linz fangen wir mit einem neuen Bio an. Ein Bio, wo wir dazugehören. Das hat ein bisschen bei uns mit Religion zu tun und das ist gar nicht mehr reflektiert. Viele sind Religion zum Beispiel. Ich habe acht Jahre in Rotterdam gearbeitet und dort gibt es kein Mittagessen. Wissen Sie warum? Weil da gibt es nur ein Buttermilch, Karnemelk und ein Brötchen bedeckt mit einer dünnen Scheibe Wurst oder Käse. Wissen Sie warum? Weil der liebe Gott sonst sehen würde, dass man das Leben genießt. So wie beim Ramadan, wenn es erst dunkel ist, dann sieht Gott es ja nicht mehr, dass man was isst. Also solange es hell ist, darf man sozusagen nichts essen. Oder so wie man die Ravioli oder die Maultaschen in Baden-Württemberg ja so macht, damit der liebe Gott nicht sieht, dass man Fleisch isst sozusagen. Man nennt die in Baden-Württemberg auch Herrgottbescheißerle deshalb. Und so gibt es ganz viele Religionsdinge, die nicht reflektiert werden. Und die Religion sagt uns, und das ist im Islam gleich wie im Christentum, du bist böse. Und ich meine, bei Ihnen mag es ja zutreffen. Und nur die göttliche Gnade kann dich erlösen. Darum können wir nicht gut sein. Wir können nur weniger schlecht sein. Aber für weniger schlecht sind wir zu viele. Und das war nicht gemeint, als die Religion sagte, nur göttliche Gnade kann uns erlösen. Das bezieht sich auf unser Inneres, unser Äußeres, unsere Stoffwechselprodukte. Natürlich können die gut sein für die anderen Lebewesen. Wenn wir sagen würden, wir machen in Linz ein neues Bio. In Linz beginnt es, wie man ja sagt davon. Dann ändert man das. Dann inspiriert man die Welt. Denn wir brauchen ein Bio, wo wir dazugehören. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die den Boden aufbaut. Wenn man hier Biogas macht, wir haben es gemessen dazu. Und es gibt hier den tollen Professor Erik Hansen davon. Und seine Mitarbeiterin, die Frau Schmidt, ist hier übrigens davon. Sie können sich nachher gerne kontaktieren davon. Die macht Cradle to Cradle hier. Die hat ihre Doktorarbeit dazu auch gemacht. Wenn wir sagen würden, wir machen ein Bio, wo wir dabei sind, dann ändern wir die Dinge. Dann inspirieren wir die Leute. Und darum möchte ich Sie einfach bitten, nicht recht zu haben. Ich habe nur eine Meinung, das werden wir in der Podiumsdiskussion auch sehen, sondern darüber nachzudenken, wie können wir nützlich sein für diesen Planeten, nicht weniger schädlich. Und da ist Holz natürlich ein schönes Beispiel. Und darum versuchen wir im Allgemeinen immer effizient zu sein. Ökoeffizient. Und das sind meine größten Feinde. Die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Unternehmen schaden mir inzwischen am meisten. Denn sie optimieren das, was sie vorfinden. Und wenn das Falsche perfekt ist, dann wird es nur perfekt falsch. Verstehen Sie? Ich muss erst fragen, was ist das Richtige? Und auch das kann man in Österreich lernen. Es geht nicht um Effizienz, es geht um Effektivität. Musik ist nicht effizient, aber effektiv. Mozart, das Köchelverzeichnis in einem Ton, da müssen Sie nicht in die Oper gehen dafür. Effizienz, das ist Fast Food, McDonalds, Starbucks. Effektiv ist ein Kaffeehaus, wo man sich mit den anderen unterhält. Musik, Kultur ist alles nicht effizient, aber effektiv. Und das kann man in Österreich lernen. Österreich hat in so vielen Dingen die Welt einfach inspiriert. Und ich möchte Sie ermutigen, da weiterzumachen. Also ob es einem passt oder nicht, Red Bull davon hat die Welt inspiriert. Hat vielen Menschen gesagt, hey, trau dir was zu, mach was dazu selber. Oder Lenzing. Ich habe als Student das Abwasserrohr von Lenzing zugemacht hier. Ja, dazu ist ja nicht weit weg, so 100 Kilometer etwa. Wissen Sie etwa, Lenzing ist, die haben so viel Abwasser abgegeben, wie wir alle Österreicher in ein Fluss geschissen hätten. Ohne irgendeine Kläranlage. 8,5 Millionen Einwohnergleichwirte. Ich habe gedacht, die machen dicht und hauen ab. Nein, Sie stellen heute die besten Holzwerkstoffe für die zellulose Werkstoffe her. Diese zellulose Werkstoffe, die Sie machen, davon, sind perfekt biologisch abbaubar. Und ein ganz wichtiger Teil der Holzwirtschaft natürlich. Perfekt biologisch abbaubar. Anders als das, was Sie jetzt haben. Ein Drittel des Mikroplastiks in den Meeren ist Textilabrieb. Weil noch Polyester 600 Jahre mindestens in der Umwelt bleiben. Also wir brauchen Holz viel mehr in Textil. Und das, was die Lenzing-Leute macht, ist weltweit führend. In komplett geschlossenen Kreisläufen inzwischen. Ja, die inspirierende Welt damit. Das heißt, wir können es umstellen. Ich war im Großglockner vor zwei Jahren gewesen dazu. Und ich sage Ihnen, da wo ich das Foto gemacht habe, da waren 1994 noch Gletscher gewesen. Das heißt, wir reden immer davon, dass das irgendwie ein Zukunftsthema ist. 1,5 Grad Ziel oder sowas. Der Planet zerstört sich jetzt mit den jetzigen Gehaltenen an Treibhausgasen. Wir müssen also von 420 ppm wieder auf 300 ppm zurückkommen. Also 420 Teile nur auf eine Million Luftteile verändern das ganze Gleichgewicht. Und wir müssen auf 300 wieder zurück. Da ist Holz das Wichtigste. Das zu binden dafür. Also an der Stelle, wie gesagt, waren noch Gletscher gewesen. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt wirklich lernen, klimapositiv zu sein. Also wie wäre es denn, wenn die Holzbranche sagt, wir sind die Vorreiter dafür. Wir sind klimapositiv, nicht neutral. Wie wäre es, wenn Sie in Linz sind oder in der Gemeinde, wo Sie herkommen, sagen, hey, wir wollen klimapositiv sein, nicht klimaneutral. Dann würden Sie die Welt inspirieren. Also bei Cradle to Cradle ist alles Nährstoff. Dinge, die verschleißen, müssen in biologische Systeme gehen. Können Sie sich vorstellen, dass die Leute Schuhsohlen herstellen und 110 Gramm Mikroplastikabrieb haben? In jeder ihrer Körperzellen ist inzwischen Mikroplastik. Jede Zelle ist inzwischen ein kleiner Müllhaufen davon. Und das geht da nicht raus. Das zerstört einfach nur den Stoffwechsel, die Zellen verkalken. Wir haben eine immer höhere Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erkranken zum Beispiel, weil wir diesen Müll aus unseren Zellen nicht rauskriegen. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, wir machen in Zukunft, in Linz beginnt es, wir machen Schuhsohlen, die so sind, dass sie in biologische Kreisläufe gehen? So wie sie früher waren bei den Ledersohlen davon. Der Lederabrieb war nicht das Problem. Der Plastikabrieb ist das Problem. Was machen wir? Wir machen die falschen Dinge perfekt. Heute halten die Autoreifen doppelt so lange wie vor 30 Jahren. Und jede denkt, das ist doch toll, weil wir brauchen jetzt weniger Autoreifen. Das ist doch grandios. Wir schützen die Umwelt damit. Nein, 54 Prozent des Mikroplastiks in der Donau hier ist Reifenabrieb. Man hat das Falsche perfekt gemacht. Es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Staub auf der Straße. Das war schon dumm genug. Jetzt wird es eingeatmet. In jeder Ihre Körperzelle finde ich Mikroplastik von Autoreifen. In jeder Zelle. Das ist doch chemische Belästigung. Ich habe da ein Recht von dem Zeug, nicht belästigt zu werden, oder? Bei sexueller Belästigung muss ich auch nicht nachweisen, dass ich davon krank geworden bin. Ich habe ein Recht, nicht belästigt zu werden. Das heißt, wir müssen uns alles, was als er verschleißt, in biologische Systeme gehen. Und dort hat der Holzbau aber noch eine Menge zu tun. Also ich war 2013 bei der Frau Bauhofer von der Firma Asler, um nicht sozusagen eine bestehende Firma dazu zu nennen, die hier mit unterstützt hat. Aber ich finde es toll, dass diese Firmen hier, auch die Kapparol-Leute, die hier das mit unterstützen, dazu ist wirklich toll. Wirklich toll, aber ich habe die Frau Berghofer gefragt, die Eigentümerin der Firma Adler, und Sie kennen ja vielleicht den Slogan, in unseren Adern fließt Farbe. Die haben 800 Leute beschäftigt und die machen nichts anderes als Lacke und Farben für Holz. Ich habe gesagt, liebe Frau Berghofer, wenn ich jetzt Ihre Farben nehme, auf mein Holz drauf streiche, kann ich das Holz noch in meinen Ofen packen und verbrennen? Oder kann ich das mit dem Kompost noch tun? Sie hatten keine einzige Farbe davon, keine einzige. Jetzt haben Sie viele Dutzend davon, weil die Frau Berghofer gesagt hat, stimmt doch, Holz ist ein Naturstoff, der darf nicht kontaminiert werden. Aber schauen wir unsere Klebstoffe an, da gibt es noch endlos zu tun davon. Wie können wir diesen Naturstoffholz mit giftigen Klebstoffen verbinden und dann noch behaupten, es sei Holzbau? Das heißt also, Holz muss für die Biosphäre geeignet sein. Dinge, die nur genutzt werden, eben wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher. Ich verbrauche die Dinge ja nicht. Wir gehen in die Technosphäre. Ich verkaufe also nur das Nutzungsrecht praktisch. Dann kann ich anstatt 84 Plastiksorten in der Waschmaschine 5 Plastiksorten verwenden, weil ich den Leuten eben nur 3000 Mal Waschen verkaufe. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Ich verkaufe dann keinen Teppichboden mehr, sondern ich verkaufe 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann weiß der Kunde, das bleibt 10 Jahre schön und der Hersteller kann das beste Material dafür verwenden. Warum soll ich den Eigentümer von Sondermüll werden, wenn ich nur einen schönen Fußboden haben möchte? Auch dort gilt es gerade bei den Holzböden dazu. Was dort verwendet wird, ist großenteils noch der wirkliche Albtraum. Ich habe nachher Sondermüll. Der wertvolle Holzwerkstoff wird nachher praktisch zu Sondermüll gemacht werden. Und es muss die Branche sein, die sagt, Freunde, machen wir nicht länger. Ihr kontaminiert unseren wertvollen Stoff damit. Das geht nicht. Holz muss so sein, dass es kompostiert werden kann, dass es in biologische Systeme zurückgehen kann. Dabei wird es nicht kompostiert, sondern es baut sich langsam biologisch ab. Also, das ist die traditionelle Nachhaltigkeit. Und ich sage Ihnen, für mich sind die Nachhaltigkeitsleute eben das größte Problem, weil sie das Bestehende optimieren. Ich war jetzt gerade in Ägypten gewesen, da liegt Meterhoch Plastik rum. Und wir sagen so ein bisschen leicht rassistisch, die Leute hätten kein Umweltbewusstsein. Weil da liegt ja Plastik rum. Aber ich sage Ihnen, die Leute schämen sich zu Tode darüber, über das Plastik, was rumliegt. Aber warum liegt das rum? Weil 5% der Verpackungen PVC sind. Auch Holz wird immer noch mit PVC beschichtet. Durch die 5% kann ich aus dem Verpackungsmaterial nicht mal mehr Öl machen. Verstehen Sie, weil die Salzsäure, die sich bildet, und die Chlorkohlenwasserstoffe verhindern das. Wenn Sie nur sagen würden, das, was die Frau Flemming mal angefangen hat, 1982 übrigens, die erste Umweltministerin in Europa, in der habe ich gezeigt, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Dann ging sie hin und gesagt, Michael, wir müssen da was machen. Sie hat gesagt, wir müssen PVC-Verbieten dabei. Dann kam die mächtige Chemieindustrie und hat das verhindert und hat sie aus dem Amt praktisch gedrängt damit. Ich habe 1982 gezeigt, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Heute hat sich die Fruchtbarkeit der jungen Männer halbiert in Österreich. Fast jeder siebte Mann ist steril. So feministisch könnten Sie sagen, das ist ja toll, jetzt sind nur noch die Hälfte Männer da. Aber wenn Männer sich nicht sicher sind, dass sie Männer sind, sind sie auch nicht unbedingt freundlich zu Frauen. Also in Österreich war das. Frau Flemming hat die Welt inspiriert, mit PVC-Weichmachern zu sagen. Aber wir haben es nicht umgesetzt in den anderen Ländern. Und sie selber ist, wie gesagt, aus dem Amt gedrängt worden davon. Das heißt, wir müssen das wirklich ändern. Wir müssen sagen, Weichmacher haben bei uns im Körper nichts zu tun. Warum soll ich jetzt testen, ob ich davon krank werde? Ich habe ein Recht, dass ich dieses Zeug nicht aufnehme. Das ist chemische Belästigung. Ich finde in Muttermilch über 2800 Chemikalien. Ich sage, es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch verkaufen könnte. Weltweit. Davon ein Drittel davon kommt aus dem Baubereich. Wenn Sie sagen, unsere Holzwirtschaft ist für Muttermilch geeignet, dann ändern wir die Welt. Verstehen Sie? Ein Drittel, wie gesagt, aus dem Baubereich. Trotzdem ist es übrigens gut, ein Baby zu stillen dazu. Weil Sie können sich als Mutter damit entgiften. Sie verlieren mindestens ein Drittel der Schadstoffe dabei. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares dazu. Aber es ist auch gut, ein Baby zu stillen. Ganz ernsthaft. Ich war lange in den USA und habe mir ein bisschen in den Vortragsstil dazugelegt. Das ist ernsthafte Arbeit von 300 Leuten über mehr als 30 Jahre. Aber in den USA hört Ihnen einfach niemand zu. Und so weit bitte ich um Entschuldigung. Es ist wirklich ernsthaft der Arbeit, ein Baby zu stillen ist immer noch besser. Aber maximal ein Jahr, weil dann die Leber und die Nieren funktionieren. Vorher rauscht der ganze Dreck durch. Also ein Baby sollte bis einem Jahr gestillt werden. Davon ist viel besser als jedes Nest der Milchpulver. Aber nicht drüber raus. Also nicht so wie in Esoterikkreisen, so drei Jahre stillend oder sowas. Das ist chemische Belästigung davon. Das kann man umsetzen. Aber das ist die Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit macht den Kunden auch zum Feind. Die sagt, guck mal, ich bin heute 100% schlecht. 90% schlecht und mein Ziel ist null. Das ist aus diesem, wir sind böse Sünder und wir können nur weniger schlecht sein. Was für eine Geschäftskurve, oder? Das heißt, lassen Sie uns doch verständigen, wo wir sind. Und die Holzbranche hat inzwischen über 70% von dem gemacht, was sie machen muss. Das ist wirklich grandios. Da sagen wir, liebe Leute, je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das. Nicht vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren. Sondern der Kunde wird mein Change Agent. Er hilft mir, das Unternehmen zu ändern durch die Nachfrage. Und ich bin nicht perfekt, du bist es auch nicht. Aber gemeinsam sind wir auf der Reise. Und in zehn Jahren werden wir dort sein. Dann schauen Sie sich diesen Baum an. Er spart nicht, er vermeidet nicht, er reduziert nicht. Er ist nützlich. Er nimmt die richtigen Energiequellen ein. Er ist Lebensraum für andere. Und Holzbau ist ja toll. Aber bitte, die ganze verwitterte Lärchenfassade ist ja toll davon. Aber ich sage Ihnen, bitte, wo ist das Gebäude gut für die anderen Lebewesen? Dieser Baum beschafft Lebensraum für 200 andere Arten. Warum machen wir nicht Holzbau, der die anderen Lebewesen unterstützt? Ein Gebäude, was die Luft reinigt. Ein Gebäude, das das Wasser reinigt. Dann freue ich mich, wenn da gebaut wird. Ein Turmfalten gibt es nur, wenn es Türme gibt. Fledermäuse brauchen Platz dazu. Wir können für die anderen Lebewesen gut sein. Der Holzbau ist extrem primitiv, wenn es darum geht, die anderen Lebewesen zu unterstützen. Es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle und Gas einzusparen. Aber wo sind wir nützlich für den Planeten? Nicht so wie bei Aschenputtel, uns die Ferse abzuhacken, damit wir da irgendwie reinpacken. Gut, Sie können High Heels tragen, dann haben Sie weniger Fußabdruck dazu. Aber hilft uns das wirklich? Nein, lasst uns einen großen Fußabdruck haben, der über ein Feuchtgebiet wird. Lasst uns die Menschen doch feiern. Im Kindergarten schon kenne ich davon. Das schlimmste Schimpfwort, was Sie kennen, ist, du Opfer. Das zweitschlimme ist genauso, du Null. Also warum wollen wir Null sein? Warum wollen wir neutral sein? Unsere jungen Kinder, die wollen stolz auf sich sein. Nicht weniger Schweinehallen machen, die wollen gut sein. Es geht um ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Wir wollen Dinge machen, die extrem profitabel sind. Und wir sollten auch offen kommunizieren. Wir brauchen 15, 20 Prozent Profit davon. Damit wir das Geld verdienen für die Änderung. Ja, ganz offen. Dann freut sich der Kunde über meinen Profit, denn er hilft mir, dass sich das Unternehmen schneller ändern kann. Wir brauchen Dinge, die gut sind für die Gesellschaft. Und wir brauchen Dinge, die nützlich sind für die anderen Lebewesen. Nicht weniger schädlich. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Es geht mir also um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Wenn in Ägypten die Leute die Verpackung noch ein bisschen leichter machen, dann denken sie, oh, Sie haben weniger Plastik verwendet. Aber Sie müssen doch erst fragen, bitte schön, warum Plastik? Sonst optimieren Sie das Falsche und dann wird es nur weggeweht. Das Waschen dieser Verpackungen kostet dreimal mehr als der Wert des Plastiks. Nur weil da 5 Prozent PVC dabei ist. Wenn Sie in Linz sagen würden, wir wollen kein Plastik mehr verwenden, was aus PVC besteht, dann würden wir die Welt inspirieren. Wie sieht es denn damit aus? Mit in Linz beginnt es. Innovation, Qualität und Schönheit. Und das ist, was Erik Hansen und die Frau Schmidt natürlich hier machen. Sie haben ein umfassendes Qualitätsverständnis. Gehen Sie mal bei denen vorbei. Dazu, ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Ein Produkt, was giftige Stoffe enthält, ist einfach nur schlechte Qualität. Das ist nicht schön. Ich brauche jetzt keine Moral oder sonst was, die dann weg ist, wenn man sie wirklich haben müsste, sondern nur ein umfassendes Verständnis von Qualität. Und Holz hat die richtigen Voraussetzungen. Also es geht nicht, wie man in Linz lesen kann, reduce, reuse, recycle. Was soll Blödsinn? Nein, es geht zuerst um rethink, reinvent, redesign. Sonst optimiert man nur das Falsche und macht es damit umso gründlicher falsch. Also, so ein Fertighaus, nennt sich Holzbau. Dann ist Styropor außen drauf, dazu als Putzträger. Na toll, Holzbau. Ich meine, wie kommen Sie auf die Idee, sowas zu machen? So ein Gebäude kann doch so sein, dass es den anderen Lebewesen dient. Die Biodiversität in der Stadt Berlin ist dreimal höher als in der umgebenden Agrarsteppe. Wir können Gebäude machen, die den anderen Lebewesen dienen. Das ist aber eine Primitivfassung dazu. Wie sieht sie aus? Wir städtesten machen, wir versiegeln unsere Gebäude und machen sie gasdicht. Die Luftqualität im Gebäude ist drei bis acht Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Anstatt also zu fragen, was ist gesunde Luft, machen wir das Gebäude gasdicht mit Plastikfolie. Ich meine, anstatt zuerst zu fragen, hey, also die Luft ist drei bis acht Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. In Österreich ist erst mal die häufigste Kinderkrankheit. Also ich muss zuerst fragen, was ist gesunde Luft und dann mache ich es energiesparend. Aber in der Reihenfolge, das heißt, gucken Sie, dass keine PVC-Tapeten mehr verwendet werden. Die Hälfte unserer abweißbaren Tapeten dazu in Österreich sind PVC, geben drei Gramm pro Quadratmeter in 3000 Stunden ab. Also in einer Stunde ein Milligramm davon. Also Muttermilch haben wir schon gesprochen. Lassen Sie uns doch Holzbau machen, der für Muttermilch geeignet ist. Versteht doch jeder. Aber Sie können auch was tun für Kreislaufwirtschaft. Essen Sie Austern. In jeder Auster sind mindestens 1500 Plastikteile drin. Wenn wir nur genügend Austern essen, holen wir uns das Plastik wieder zurück. Echte Kreislaufwirtschaft. Also jeder kann was tun davon, oder? Wir sind ganz am Anfang. Wissen Sie, der Donald Trump lügt die Leute so viel ehrlicher an, als wir es tun. Wir reden von Recycling, wenn aus einem hochwertigen Autostahl bei Vöst zum Beispiel primitiver Betonstahl gemacht wird. Damit sind alle Buntmetalle verloren. Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Wismut. Wir haben nicht genügend Meteoriten, die auf den Planeten kommen. Diese Buntmetalle sind alle verloren damit. Das so, wie sie ein Hochland drin haben und auch ein Hamburger machen. Donald Trump lügt ehrlicher. Es ist noch nie ein Fenster zu Fenster recycelt geworden. Es gibt hier Saint-Combard als Unterstützer. Sie sind die allerersten, die jetzt ein Fenster zum Fenster machen. Wenn Sie hier sagen würden dazu, in Wien müsste das Bestehende verteidigen. Aber hier, wir können angreifen. Wir werden nur noch Fenster machen, wo das Holz so ist, dass es in biologische Systeme gehen kann und das Glas zu Fensterglas wieder gemacht wird. Saint-Combard hat das entwickelt davon. Aber es braucht einen Testmarkt. Es braucht einen Markt, wo Sie sagen, in Linz beginnt es damit. Das hat auch massive Auswirkungen. In der Türkei sind 1999, da war ich dort für die Bundesregierung, 20.000 Leute gestorben. beim Erdbeben, weil der Kupfergehalt über 0,5 Prozent ist, bis zu 3,2 Prozent. Wenn der Stahl nur 0,5 Prozent hat, dann bricht er wie ein Osteoporoseknochen. Darum schicken die Amerikaner ihre alten Autos in andere Länder wegen der Erdbebengefahr in Kalifornien. Da sterben unnötigerweise Leute. Ich habe jetzt über 3 Prozent auch wieder ein Kupfer im Erdbeben in der Südtürkei, davon alle Buntmetalle sind weg. Wir sagen so ein bisschen leicht rassistisch, die Leute würden nicht richtig bauen. Nein, sie haben unseren Recyclingstahl, der gar kein Recyclingstahl ist, sondern primitives Downcycling. Wir reden immer von Kupfer. Wir müssten in den Gebäuden das Kupfer rausnehmen. In der DDR hat man das nicht verwendet, weil man es nicht hatte. Das Kupfer ist nicht da für die E-Mobilität. In Hamburg gibt es eine Kupferhütte, die macht fünfmal mehr Müll als die gesamte europäische Hausmüll. Ist gut, Strohhalme zu verbieten und Plastiksackerl. Das hat eine tolle Diskussion geführt dazu in Österreich. Auf jeden Fall. Aber das ist doch absolut zynisch. Das ist so, wie wenn Sie auf der Titanic sitzen und sagen, ich löffle schon mal mit dem Teelöffel. Es geht schon in die richtige Richtung sozusagen. Also das ist doch absurd. Wir müssen ein Gebäude machen, in dem kein Kupfer drin ist. Denn das Kupfer brauchen wir für die E-Mobilität unbedingt, sonst ist es nicht da. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfer jetzt 38 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute hat es noch ein bis zwei Kilo pro Tonne. Das ist nicht da. Und wir können, in der DDR hat man auch für die Stromleitungen kein Kupfer verwendet, weil es schon nicht hatte. Man kann dafür für alles Aluminium verwenden. Nehmen Sie die Dachrinden alle raus dazu. Sagen Sie den Kunden, es gibt keine Kupferdachrinden mehr davon in dem Holzbau. Weil das ist zynisch, das ist gelogen. Wie gesagt, ich habe eine Tonne Kupfer, die macht fünfeinhalb tausend Tonnen Sonderabfall. Das heißt, wir brauchen ein positives Ziel. Können wir uns darauf verständigen? Linz, klimapositiv? Ja, wie wäre es? Es tut sich jetzt was. BMW hat angekündigt, und hier sind viele Zulieferer in der Region, das erste Cradle-to-Cradle-Auto zu machen, 2025. Damit hat unsere Industrie eine Chance. Zum ersten Mal soll ein Auto zum Auto gemacht werden. Stattdessen sagen wir, das grünste Haus ist das, was nie gebaut wird. Na toll, ja. Damit kriege ich ja wirklich die Leute dafür motiviert. Wir haben inzwischen viele Produkte. Man verkauft keinen Schreibtischstuhl mehr, verkauft zum Beispiel bei Chiroflex zehn Jahre gesundes Sitzen. Dadurch kann der Hersteller anstatt 22 Plastiksorten drei Plastiksorten verwenden. Ja, und der Kunde kommt fröhlich wieder. Und das Material ist wieder einsetzbar. Wir können Holzböden machen dazu, wo wir die Materialien als Dienstleistung haben. Wir können Teppichböden machen, die sogar die Luft reinigen. Wir verlieren durch Feinstaub viereinhalb Jahre Lebenserwartung. Durch Corona haben wir ein paar Wochen Lebenserwartung verloren. Davon steht in keinem Verhältnis an Bedrohung. Es gibt inzwischen viele Cradle-Cradle-Baumaterialien, kann man finden. Es gibt eine Zertifizierung dafür. Viele Österreichische dabei, auch Wiener Berger. Wir müssen die Pioniere feiern dazu. Ja, zwar nicht in Oberösterreich, aber Erwin Thoma ist nun wirklich jemand, der den Holzbau auf eine völlig andere Qualität gebracht hat. Und das muss man auch feiern. Wir brauchen eine Holzkaskade. Verstehen wir uns heute daran, dass wir bitte kein ursprüngliches Holz aus Rumänien oder Bulgarien mehr verfeuern als Pellets? Das ist nach wie vor in Österreich der Fall. Es kommt nichts mehr aus Weißrussland dazu. Das ist der einzige Vorteil von Putins Angriffskrieg dazu, dass man das gestoppt hat. Aber ansonsten wird nach wie vor jungfräuliches neues Holz verwendet, anstatt Abfallholz zu haben. Wir brauchen zuerst Baustoffe, dann brauchen wir Möbel daraus, dann brauchen wir Holzwerkstoffe. Und die Europas früher führenden Hersteller für Holzwerkstoffe sind alles Österreicher dabei. Dafür müssen wir aber natürlich ein anderes Modell haben, dass man die Spanplatte nicht mehr verkauft, sondern nur 15 Jahre Küchennutzung. Dann kann der Hersteller viel bessere Materialien verwenden davon. Dann haben wir eine Kaskade. Wir schaffen 40 Mal mehr Arbeitsplätze. Aber nach wie vor wird in Österreich Urwaldholz verwendet als Pellets und wird als erneuerbar ausgegeben. Die Branche muss sich dagegen wehren. Nicht der Gesetzgeber oder sonst was, sondern die Branche, weil es ist ein Missbrauch des wertvollen Holzes dazu für primitive Zwecke. Dann können wir Papier und Zellstoff herstellen. Und ihr habt den Ernst Gugler leider im Stich gelassen. Hier in Melk. Ernst Gugler war der Erste, der Druckfarben so ausgesetzt hat, auf dem Holzwerkstoff, Papier, dass das Papier perfekt biologisch abbaubar ist. Aber ihr habt gemeint, dass diese zwei Cent, die es vielleicht mehr kostet dazu, euch zu viel sind davon. Und da brauchte er das Geld natürlich am Anfang, weil er die ganze Pionierarbeit gemacht hat in Melk. Er hat 110 Beschäftigte, er muss die Insolvenz anmelden und längst davon. Aber er ist weiter am Arbeiten, geht hin zu Ernst Gugler und sagt, hey, wir helfen dir, weil so können wir Papier aus den Holzfaserplatten machen davon. Und das Papier können wir sechs, siebenmal recyceln und die Schlemme können wir verbrennen. Wir haben den gleichen Heizwert dabei und haben wir vierzehnmal mehr Leute beschäftigt. Diese Kaskade muss ihre Aufgabe sein davon. Das wäre doch wirklich das. Und wenn Sie sagen, das machen wir in Zukunft, dann ändern wir die Welt. Also, ich will ein paar Pioniere feiern, ausdrücklich. Adler, Kaparol, dazu würde ich aber genauso nennen. Aber ich habe die nicht gefragt vorher. Wir können übrigens Holz konservieren inzwischen, acetylieren, damit ist jedes Fichtenholz so stabil wie jeder Regenwald. Wir müssen wirklich sagen, hey, in Österreich wird kein Regenwald mehr verwendet. Denn es ist kein Grund. Die Acetylierung, Cradle to Cradle Gold, davon schafft wir, macht wirklich aus einem, dieses Holz ist ja genauso verbrennbar noch und genauso in Biosphäre zurückzubringen, aber es baut sich viel langsamer ab. Also, die normale Fichte verhält sich damit wie ein tropisches Regenwaldholz. Das können wir umsetzen. Wir haben einen Schleiderer dazu, davon in der Tat umgesetzt. Wir haben hier einen Holzbau, davon bei der Ausstellung in Hamburg. Da ist die Luftqualität besser als draußen dazu. Wir machen jetzt Supermärkte davon, die brauchen nicht mal eine Betonbotenplatte mehr. Davon alles Holzbau dazu. Schauen Sie, wenn Sie nachfragen, die müssen bloß in der Donau rauffahren. Ratisbona ist Regensburg auf Lateinisch. Er ist einer der größten Entwickler für Supermärkte. Wenn Sie sagen, wir wollen einen Supermarkt haben, davon der als Holzbau ist, davon. Und wir nehmen nicht diese Garagen da weiterhin von Hofer und wie sie alle so heißen dazu. Wir machen das nicht dazu. Weil dann ist es was wert, auch die Luft dazu. Und Ratisbona setzt das um, davon der Sebastian Schelps. Der hatte keine Blaupause, so wie der Ernst Gugler auch nicht. Er hat nur gesagt, ich kann nicht auf Sondermüll drucken dabei. Ich kann Druckfarben nicht verwenden, die giftig sind. Und wir können es umsetzen dazu. Es gibt in Sölden einen Edeka-Supermarkt dazu, wo man es sich angucken kann. Davon, es gibt die Cradle in Düsseldorf. Also setzt sich jetzt sehr schnell durch beim Holzbau. Es gibt hier ein Rathaus in Venlo. Wir können zeigen, wenn die Luft im Gebäude besser ist, ist der Krankenstand 20 Prozent niedriger im Gebäude. Bei 1200 Beschäftigten. Das lohnt sich wirtschaftlich, das zu machen, Holzbau zu machen. Hier, das ist der Woodcube in Hamburg. Davon hier haben wir das schon. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein. Es gibt auch eine lokale Gruppe hier in Linz. Es gibt einen in Wien auch davon, wo junge Leute sich engagieren. Denn junge Leute wollen nicht zu Null sein. Die wollen auf sich stolz sein. Für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Die wollen nicht blöd sein. Und jemand, der Sonder will, macht das einfach nur blöd. Wir brauchen Gebäude als Materialbanken. Wir brauchen dafür ein Passport. Und dort kann man, wie gesagt, mal bei Frau Schmidt vorbeigucken. Frau Schmidt, stehen Sie doch mal kurz auf, damit die Leute Sie gesehen haben dazu. Sie ist hier an der Kepler-Universität. Und sie hat eine bahnbrechende Doktorarbeit gemacht über Cradle-to-Cradle, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, nicht einfach nur so. Denn in Deutschland fragen die Leute, ist das moralisch geboten? Und dann vergessen sie die Moral, wenn es ihnen gerade schlecht geht. In Holland sagen die Leute, Braungart kann man damit Geld verdienen. Und auf Dauer ist mir das lieber. Verstehen Sie? Also es geht um ein umfassendes Qualitätsverständnis. Wir brauchen dafür ein Materialpassport dazu. Wir brauchen eine Digitalisierung. Das heißt, alle Dinge, die nicht in die Biosphäre gehen können, dazu müssen digital erfasst werden und zugestaltet werden mit definierter Nutzungszeit. Nicht Langlebigkeit. Also so schön ihr Anzug ist, dass es einen Haufen Sondermüll einfach dazu. Und wenn das dann langlebig ist, weiß ich erst recht nicht mehr, was drin war. Ich brauche eine definierte Nutzungszeit. Also nicht eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält, sondern eine Waschmaschine, die nur neun Jahre verwendet wird. Und die nicht genutzten Waschgänge kann ich auf die neue anrechnen. Dann kann man das beste Material nehmen, nicht das billigste. Verstehen Sie? Sonst verliere ich das ganze Material. Ich kann das nicht wieder in Kreisläufe führen. Ich muss bestimmen, ob es in die Biosphäre geht oder in die Technosphäre. Solarsysteme. Wenn Sie das verbinden mit dem, was Sie machen. Bei allen Gebäuden, wo Sie zu tun haben, sagen Sie den Leuten, Sie sollen keine Solaranlagen mehr kaufen. Keine. Niemand braucht eine Solaranlage. So machen wir Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sagen, der Standard ist so teuer. Wir brauchen den Strom. Und ich rede nicht über Contracting. Ich rede davon, dass der Hersteller das Eigentum behält. Und wir haben in Europa noch Hersteller dazu. Dann ist es günstiger. Die Firma Schüco davon ist in den Konkurs gegangen, weil sie Solaranlagen verkauft hat. Die waren Weltmarktführer gewesen. Die haben die besten Solaranlagen gemacht. Die haben nach 19 Jahren noch 93 Prozent des Wirkungsgrades gehabt. Wissen Sie, was sie haben gemacht? Die haben die verkauft. Wenn sie sie nicht verkauft hätten, dazu, sie haben mit chinesischen Anlagen konkurriert, die 30 Prozent billiger waren, aber in den ersten fünf Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades verloren haben. Wenn die nur 20 Jahre Nutzung verkauft hätten, wären sie heute so groß wie Apple oder Google dabei. Das Geschäftsmodell ist wichtig. Ganz entscheidend. Und darum helfen sie den Solarindustrie. Sagen die, niemand braucht eine Solaranlage. Und bitte hören sie auch auf, wenn man hier entlangfährt. Es ist doch zum Heulen wieder, dass die ganzen Solarwüsten entstehen. Dazu machen sie nur Solaranlagen, wenn sie im Feld stehen, dass sie auch Lebensräume für andere Lebewesen sind. Dass sie Landwirtschaft mitmachen, dass sie Kräuter anbauen, dass sie Schafe züchten, dass sie Hühner halten dabei. Das geht doch nicht, dass wir einfach die Landschaft jetzt zustellen mit Solaranlagen. Das ist doch absurd. Das können Sie machen dazu. Sie können sagen, Freunde, wir werden in Zukunft nur Gebäude machen, wo die Solaranlagen Dienstleistung sind. Also was ich Ihnen zeigen will, das habe ich ja mitgenommen. Letztlich gesehen, wie Sie an mir spüren dazu. Holzbau ist eine Herzensangelegenheit zum Valentinstag, sozusagen nachträglich. Darum geht es ja. Nicht einfach nur ein Geschäft zu machen, sondern zu sagen, wir stehen mit dem Herzen dahinter und setzen das um. Jetzt kommt es auf EU ab. Ursula von der Leyen stellt unsere Waschmaschine in Brüssel vor. Davon, das ist schön. Wir können Gebäude machen wie Bäume, Städte wie Wälder, Gebäude, die nützlich sind in anderen Lebewesen, dienen dazu. Lassen Sie uns die Menschen feiern. Denn was wir jetzt machen mit der Nachhaltigkeitsdiskussion, sagen wir eigentlich jedem Menschen, es wäre besser, du wärst ja gar nicht da. Ich kann nur neutral sein, wenn ich nicht existiere. Denn ich atme ja, selbst wenn ich schlafe, gebe ich 168 Kilo Kohlendioxid ab. Wenn ich Sport mache, ist es über eine Tonne. Diese Sportler sind absolute Umweltschweine, sozusagen. Außerdem, was sie dann tun, sie leben noch länger dann dadurch, anstatt dass sie sich frühzeitig verabschieden dazu. Zum Beispiel, ich kann Ihnen zeigen, wir haben eine derartig absurde Landwirtschaft in Europa, dass wir immer noch 10 Kalorien Energie brauchen für eine Kalorie Ernährung. Wenn Sie im Gebäude mit dem Aufzug fahren, brauchen Sie für die gleiche Leistung nur zwei Kalorien. Das heißt, Sie können den Carbon Footprint um das Fünffache senken, nur durch Aufzug fahren. Und dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr dabei, als in der Logik. Das heißt, was wir im Moment sagen mit der Umweltdiskussion, wir sagen jedem, eigentlich wäre es besser, du wärst nicht da. Also um es offen zu sagen, Österreich kriegt ja die Hauptlast an Immigration dazu und Wanderung. Davon viel mehr als jedes andere europäische Land, wie Sie wissen. Aber jedem sagen wir eigentlich, naja, eigentlich bist du zu viel. Wir sagen ja, es wäre doch besser, ihr werdet gar nicht da. Und das schafft die Umweltdiskussion. Sie beschreibt uns als Schädlinge, die einfach nur ein bisschen weniger schädlich sein wollen. Dafür sind wir zu viele. Wir müssen lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein. Wenn Menschen gemocht sind, wenn man sagt, toll, dass du da bist, dann sind selbst die Ärmsten, die Armen immer großzügig und freundlich. Aber wenn Menschen Angst haben, wenn sie ihren Status fürchten, wenn sie nicht gemocht sind, wenn sie sich unsicher fühlen, dann werden alle Menschen feindselig in allen Kulturen. Und dann wählen sie irgendwelche Rechtsradikalen dabei, weil sie gar nicht anders können. Das ist nicht anders. Die Umweltdiskussion führt dazu, dass wir die Menschen praktisch als Feinde sehen. Und das nicht. Die Biomasse der Ameisen, das Gewicht der Ameisen auf der Welt ist viermal größer als das der Menschen. Also wenn ich alle Ameisen auf die Waage packe und alle Menschen, dann wiegen die Ameisen viermal mehr. Der Kalorienverbrauch der Ameisen entspricht etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde. Das ist alles. Wenn wir lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein, so wie die Ameisen es halt sind, davon, dann muss man nicht jeden Menschen angucken und sagen, es wäre doch besser, du wärst dich, ich gebe dich gar nicht. Also wir erziehen die Menschen praktisch zu Raffgier, obwohl wir eigentlich natürlicherweise großzügig und freundlich wären. Darum die Botschaft von dem, die ich Ihnen sagen will dazu, wir können gut sein für diesen Planeten. Wir sind eine Chance für den Planeten. Und wenn die Menschen als Chance begriffen werden, dann benehmen sie sich auch so. Wenn sie als Belastung begriffen werden, dann benehmen sie sich auch wie Abschaum. Also, danke, dass Sie das Richtige hier machen. Denn das Richtige kann man dann richtig machen dazu. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.